Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Twins Talk. Wir sind back. Leute, wir sind zurück. Für euch ist das irgendwie hier auf Spotify wahrscheinlich nichts anders. Also ist wahrscheinlich nichts anders, weil es kam jeden Sonntag eine Podcast-Folge. Aber wir haben das letzte Mal vor drei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen oder Podcast-Folgen aufgenommen, denn wir haben vorproduziert, weil ich, also hier spricht Annabel, ich war im Urlaub. Ich war in Dänemark für zwei Wochen ungefähr und in der Zeit haben wir uns auch nicht gesehen. Und irgendwie, ich habe richtig Bock jetzt diese Folge aufzunehmen, weil ich glaube, das wird so interessant. Erstmal, wir haben uns so lange noch nicht, nicht gesehen. Also wir haben uns noch nie so lange nicht gesehen. Genau, also 14 Tage. Das klingt so, ja, 14 Tage, bla bla bla, aber so als eine eigene Zwillingsschwestern, wir waren immer zusammen. Es gab vorher nie einen längeren Zeitpunkt als vielleicht vier, fünf Tage, wo wir uns nicht gesehen haben. Ja. Und jetzt waren es wirklich 14 Tage. Und wir werden in dieser Folge so ein bisschen darüber sprechen, also, oder ein bisschen so berichten, erstens, was ist passiert, wie lief das und allgemein so ein paar News, weil es gibt sehr viel zu erzählen. Also erstmal, ich muss dich ein bisschen ausfragen. Du warst weg, du warst im Urlaub, bei dir ist wahrscheinlich, gut, bei mir ist auch viel passiert, aber wir fragen einfach bei dir an. Wie geht's dir? Wir haben übrigens jetzt, es ist auch nicht gestellt oder so, wir haben jetzt wirklich, wir haben uns jetzt schon zwei, drei Tage gesehen, aber... Wir haben bewusst uns nicht so doll ausgetauscht, damit wir hier in der Podcast-Folge ein bisschen mehr quatschen können, genau. Wie geht's dir? Also, ich habe ja gehofft, dass ich mich im Urlaub so ein bisschen erholen konnte oder kann, weil ich war so richtig im Stress-Overload, also einfach total überarbeitet. Gerade so die letzte Woche vom Urlaub, Struggle is real, einfach so, komplett überarbeitet und super viel zu tun gehabt, vorproduziert und so weiter. Und eigentlich sagt man ja, man sollte vom Urlaub auch so ein bisschen entspannen, um in den Urlaub reinzukommen, aber das ist mir so ein bisschen schwer gefallen. Und im Urlaub angekommen, habe ich gemerkt, am Anfang hat mich das nur so ein bisschen gestresst und ich war auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, am Anfang war ich so, hm, ich habe mir Trainingssachen mitgenommen, also so Bänder oder die Dots von Broses, die sind mega, mega cool. Aber ich kam nie dazu. Am Anfang dachte ich, ja komm, ich mache mal was. Habe am Anfang vielleicht, ich habe einmal was mit Bändern gemacht am Strand, aber auch nur ganz kurz und dachte mir, das ist eigentlich auch so unnötig, der kann ich auch gleich lassen. Also, keine halben Sachen. Also, ich bin ja kein Fan von, ja, im Urlaub ist Urlaub, da muss man keinen Sport machen oder so. Wenn es einem Spaß macht, wenn man Lust hat, dann go for it, dann macht Sport. Aber wir waren halt, das muss ich gleich noch erzählen, wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, mein Freund und ich. Und da ist halt kein Gym oder so. Und es war auch in Dänemark sehr, sehr kalt und regnerisch. Also, jetzt auch nicht so, wo man sagt, ja, da kann man dann mal tausend Outdoor schon am Strand mit kurzen Sachen. Nee, Leute, es war wirklich arschknacke kalt. Wie kalt war es? Schon so 10, 11, 12 Grad. Boah, wir hatten ja strahlenden Sonnenschein in Leipzig. Ja, naja, gut, wir waren auch davor an der Ostsee, da war es ein bisschen wärmer. Da konnte ich am Strand dann ein bisschen was machen, aber auch nur, das habe ich vielleicht die ersten zwei Tage oder so gemacht und dann gar nicht. Einmal waren wir in Dänemark. In Skive, da gab es ein Gym und da habe ich trainiert. Und ich habe schon ein bisschen geguckt, also ich habe schon bewusst den Schleppplatz in der Nähe von dem Gym rausgesucht, weil ich mir dachte, es soll am Tag nur regnen. Und ich dachte mir, das wäre perfekt, um mal ins Gym zu gehen, weil bevor man nur in der Bude hockt, dann kann man auch ins Gym gehen. Und ja, aber dann bin ich dann auch immer mehr in den Urlaubsmodus reingekommen, konnte auch abschalten und habe auch gar nicht mehr so an Sport gedacht und dachte mir, okay, gut, dann ist es halt so, passiert das nächste zwei Wochen. So, wir machen immer ab und zu mal vielleicht mal eine zweiwöchige Trainingspause. Alles gut. Mittlerweile habe ich da auch kein Problem mehr mit. Ich glaube, ich habe mich dann wahrscheinlich so ein bisschen mit dir verglichen, also mit Maria und mir gedacht habe, okay, gut, Maria trainiert und hat normal ihre Routinen und ich halt nicht. Und das ist total falsch, das weiß ich, aber die Psyche, die denkt halt nicht so, muss ich einfach ehrlich sagen. Und, aber trotzdem habe ich dann einfach, wie gesagt, bis auf die ein, zwei Male, war ich auch nicht trainieren oder so, habe jetzt auch nichts gemacht und ja, ich kam dann auch mehr in den Urlaubsmodus rein, konnte ein bisschen entspannen. Hab dann den ganzen, wie sah denn dein typischer Ablauf vom Tag aus? Also, es war wirklich ganz entspannt. Mein Freund ist jetzt auch keiner, der so Stress hat und so organisiert ist, so wie ich oder so, ich bin ja total strukturiert und organisiert und selbst im Urlaub bin ich so und also wirklich immer ausgeschlafen und ich habe dort so gut geschlafen, also in dem Wohnmobil, so gut wirklich, meistens durchgeschlafen bis um acht, auch irgendwie so Reizwürsten und ja, dann entspannt, gefrühstückt, also wir waren sicherlich erst um zehn, um elf, fertig mit, so wir können jetzt mal einen Tag starten. Also wirklich alles ganz entspannt, weil im Wohnmobil muss man abwaschen und ist ein bisschen enger und da ist einfach nicht alles so, so schnell. Meistens habe ich dann Frühstück gemacht, habe den Tisch gedeckt, Brot, Porridge und so, das war auch was anderes, sonst habe ich immer mein Porridge gefrühstückt, sonst Leute, ihr wisst Bescheid. Und so hatte ich halt Porridge und noch Brot. Also hast du dann, trotzdem hast du dann dein normal großes Porridge gehabt? Ja, ja, also, ja, habe ich. Ich habe eigentlich normales Porridge gemacht, am Anfang für ihn mit, aber dann wollte er wieder sein klassisches Haferflockending haben und dann habe ich für mich alleine Porridge gemacht und für ihn sein Haferflockengemisch. Also esst sie einfach roh, mit heißem Wasser aufgießen. Ja, kann ich nicht verstehen, aber ich persönlich werde immer beim Porridge bleiben und die Konsistenz ist halt auch dort nicht so gut, weil man macht das oft im Topf und ich hatte ja, ich hatte eine Küchenwaage mit, weil ich dachte, vielleicht muss man mal was abwiegen, aber ich habe sie nie gebraucht und dachte beim Porridge, ich schätze einfach, weil die Scoops, die sagen ja auch schon viel, viel Kamm und so, dass ich ungefähr auf die, dass ich ungefähr die Menge weiß und Wasser und deswegen war es manchmal ein bisschen flüssig und dann musste ich Proteinpulver nachgeben, dann war es ziemlich süß, also es war ein bisschen, naja. Ja, deswegen ist es schon gar praktisch, wenn man das Porridge weiß, wie viel man da nimmt und im Topf wird es auch immer anders. Genau. Deswegen, es war hoch und heilig, als ich das erste Mal wieder ankam und das Porridge gegessen habe, aus der Mikrowelle. Ja, einfach, genau. Und, genau, also ich konnte da eigentlich auch viel besser entspannen. Na, aber was habt ihr dann gemacht? Also um elf Uhr wart ihr fertig und dann, ach so, okay, ich habe gerade komplett den Faden verloren. Nee, und dann, es kommt drauf an. Also ich dachte am Anfang, ja, Dänemark, Wanderurlaub oder so, aber es war halt gar nicht so. Ich hätte eigentlich, ich habe diesmal mich gar nicht vorbereitet auf den Urlaub, sondern habe es einfach so auf mich zukommen lassen. Also einfach nur in den Tag leben oder vielleicht einen Tag vorher mal gucken, okay, was könnte man machen. Aber sonst war es nämlich immer so, in meinen Urlauben, ich habe geguckt, was man machen kann, aber da mein Freund ein bisschen spontaner ist als ich, dachte ich mir, komm, ich bereite jetzt mal nichts vor, weil sonst werde ich vielleicht nur enttäuscht. Deswegen lasse ich mich einfach mal drauf ein und stresse mich nicht mit irgendwelchen Plänen. Das ist eigentlich voll gar nicht so unsere Art, wir planen eigentlich immer alles vor, dass man so viel wie möglich aus den Orten mitnimmt, aber dass er eher ein Entspannungsurlaub sein sollte, war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung von dir. Ja, mega. Und ja, dann habt ihr, hast du entspannt. Und ihr wart, du hast Ostsee und dann Dänemark und dann zurück. Und wie, genau die Tage, wie gesagt, waren spontan. Also, wir waren, was haben wir denn alles gemacht? Also, was mein Highlight war, Leute, kann ich euch empfehlen, wenn ihr in Dänemark seid, ist der, ist so ein Autostrand, das ist auf Römi, Römo, also Römo würde ich sagen, aber es heißt, glaube ich, Römi, Römo, Römi. Ist auch egal. Ja, auf Dänemark, wer heißt das, dänemarkisch, dänisch, 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 genau. Also, oder allgemein, es gibt auch andere schöne Autostrände, das ist so cool, da kann man mit dem Auto wirklich auf den Strand fahren, man kann auch leider nicht campen, aber wir haben keinen einzigen Cent für eine Übernachtung ausgegeben, das heißt, es war ein preiswerter Urlaub auf jeden Fall, weil das Wohnmobil, haben wir auch durch Kontakte so bekommen, also, ist in der Familie, sag ich das einfach mal. Genau. Und die, also, AKR, ja, keine Werbung an dieser Stelle, also keine Werbung, die Park4NightApp, also Park4NightApp, die ist gut, da kann man richtig Stellplätze finden, übrigens auch Parkplätze, also, wenn ihr in Deutschland parken wollt, die ist echt mega gut, kann ich sehr empfehlen, da habt ihr alle Stellplätze rausgefunden, die war mega schön. Am Strand, mit Seeblick, also wirklich richtig gut und mit Bildern, Bewertungen, also kann ich richtig empfehlen. Und da habe ich auch mal die Stellplätze rausgesucht und wir sind eigentlich jeden Tag gefahren, also wir haben jede Nacht woanders verbracht, außer vielleicht zweimal, da haben wir zwei Nächte verbracht. also, wir sind nicht immer super weit gefahren, manchmal auch nur eine Stunde, aber es war eigentlich voll cool. Und was haben wir sonst gemacht, wir waren am Strand, habe gelesen, ich habe ein Buch gelesen, habe voll Spaß an Lesen entdeckt und es war gerade kein guter Satzbau. ich habe mein, also ich habe Lesen, ich habe für mich entdeckt, dass Lesen mir echt Spaß macht, genau. Ich habe dann auch so Doku mal gemacht und ja, also wie so eine Rentnerin eigentlich von mir her gelebt und dann halt wie gesagt am Strand, dann waren wir mal spazieren, sind mit dem Fahrrad mal gefahren. Da gibt es herrliche Fahrradwege, aber wir sind aber trotzdem nicht so oft Fahrrad gefahren. Also an der Ostsee sind wir, glaube ich, mehr Fahrrad gefahren als in Dänemark an sich. Ja, ansonsten halt Zweisamkeit genossen, also es war einfach mal schön, irgendwie nichts vorzuhaben oder nichts zu tun zu müssen und wir waren einmal im Legoland. Das war schön, schön, dass es bei euch so entspannt war, währenddessen ist bei mir, ich kann auch mal sagen, am Ende habe ich dann gemerkt, okay Annabelle, ich habe auf mein Handy übrigens total beiseite gelegt, also bis auf Unsnap, aber ich habe mein Handy kaum da gehabt, aber ich habe mich am Ende dann doch noch erwischt, wie ich dann öfter mal mal kurz bei Insta geschaut habe oder so, also ganz, ganz selten, aber da merkt man dann doch, dass es einem wirklich schwerfällt. Ich müsste eigentlich mal wirklich mein Handy, keine Ahnung, wirklich mal zwei Wochen gar nicht bei mir haben, dass ich das wirklich gar nicht darauf zugreifen kann, aber ist halt schwierig als selbstständige Person und wenn man Snapchat hat, aber... Ja gut, das könnte man ja, könnte andere Leute übernehmen. Ich habe irgendwann, vor drei Jahren hatte ich über 1000 Flammen und habe das irgendwann verloren und dann hatte ich sowas von kein Bock mehr, seitdem benutze ich Snapchat nicht mehr. Ja, also ich mittlerweile, mir geht es gar nicht um die Flamme, aber ich finde es manchmal interessant, was so meine Freunde so gerade machen, was sie treiben und so. Also komm, schreibt uns gerne mal, ob ihr noch Snapchat habt oder so. Ich finde, das ist voll out geworden, oder? Weiß ich nicht. Viele nutzen ja immer for real oder wie das heißt. Ja. Bin ich nie aufgestiegen auf den Zug, weil ich mir dachte, nee Annabelle fängt das nicht mit doch sowas an. Nee, nee, nee. Das sei mal. Also Instagram ist eigentlich so die Haupt-App, die ich nutze, die finde ich am geilsten. Von allen. Ja. Nee und, ja. Willst du mich das fragen? Ja. Okay. Ich weiß, du willst nur was sagen. Also, du würdest wahrscheinlich sagen, wie war es denn bei dir, wie ging es dir denn? Was hast du denn so gemacht? Und das interessiert mich wirklich, weil Leute, ich weiß es wirklich auch nicht. Also, unter der Woche habe ich halt nur mal gearbeitet. So, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, ich habe mich selber sehr gestresst, weil ich hatte jetzt schon mehr Arbeit, weil du nicht da warst. Mhm. Wann bist du aufgestanden? Mhm. Ich bin immer um sechs aufgestanden und, ja, bin um sechs aufgestanden, habe meistens am Laptop erst mal anfangen zu arbeiten, noch im Bett, dann gefrühstückt wie immer und dann, ja, ich bin meistens dann so nachmittags ins Gym gegangen, teilweise auch erst gegen Abend, also 16 Uhr für keinen Abend, aber so, weil es einfach nicht eher geschafft habe. Es war irgendwie, ja, dann habe ich immer mal ein Fenster in der Wohnung geputzt, war, ich meine, die Leute auf Instagram wissen, was ich gemacht habe, so, aber habe, gut, nicht alles, aber habe viel halt, ich weiß es nicht, Kommentare beantwortet, was du sonst immer zum Beispiel machst. Muss ich natürlich dann auch extra machen. Genau. Und so, dann, ja, ich kann ja gar nicht, ich habe jeweils ganz viel gearbeitet, aber das hat mich schon sehr gestresst, weil ich wollte natürlich trotzdem alles schaffen und dann habe ich manchmal zu viel vorgenommen. und dadurch war ich dann teilweise richtig traurig am Abend und irgendwie verstimmt oder negativ gestimmt. Ich habe auch meine Periode dann bekommen. Und du hast mir erzählt, als ich wieder kam, ja, ich habe jeden Abend geheult. Ja, so fast, weil, nicht wegen dir, ich vermisst habe oder sowas, gar nicht. Nein, aber, weil ich mir so einen Stress gemacht habe und das stresst mich, weil mich das richtig abfuckt, weil ich mal eine bessere Zeit hatte, wo ich mich weniger gestresst habe. Aber das war jetzt vielleicht nur erstens die Lutealphase, die Menstruationsphase so ein bisschen auch. Und weil ich eben mir, weil ich, weil du nicht da warst, der gesagt habe, komm, ich mache es. Oder ich wusste, ich bin auf mich allein gestellt. Wenn ich das ja nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Dann ist keiner, der sagt, komm, ich mache es. Und alles aufschieben bin ich auch nicht so. Und deswegen hat mich das selber so ein bisschen gestresst. Und vor allem ist es eigentlich auch deshalb unnötig, weil wir sind selbstständig und wir haben ja nicht diese krassen Termine. Also klar, wir haben so gewisse Pflichten, gewisse Posts zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so. Meistens ist jetzt nicht so. Das ist das Wenigste. Meistens ist jetzt nicht so, dass es morgen erledigt sein muss. Es kann auch in zwei Wochen erledigt werden. Aber ich bin halt, ich schiebe ungern was auf, außer die Steuererklärung. Aber den Rest müssen wir auch noch für letztes Jahr machen. Oh shit. Eigentlich wollte ich mir das Anfang des Jahres machen, weil man da so schon, da hat man es weg. Aber es ist jetzt schon wieder die Hälfte des Jahres um und die Frist ist, keine Ahnung, bis wir mit Zeit haben. Ich weiß gar nicht. Oktober oder so. Naja. Und hat sich was geändert? Also war irgendwie deine Ernährung anders? Oder hast du... Sonst ist man ja oft... Oder dein Training... Wie war es denn? Also mein Training eigentlich... Weil man kann auch noch sagen, wir trainieren ja oft auch zusammen und haben teilweise Übungen, wo man zwei Leute braucht. Also wo wir uns zum Beispiel gegenseitig im Handstand halten. Ja. Ich muss sagen, ich konnte voll gut einmal in der Schweiz arbeiten. Das habe ich eigentlich jedes Training allein voll gut geschafft und war relativ stark, was das betrifft. Ich war auf mich allein gestaltet. Ich musste das alleine machen. Für die Leute, die nicht wissen, was in der Schweiz ist. Ja. Einfach Handstand und dann so langsam hochziehen gekrächt. Ohne... Also in den Handstand hochziehen. Ja. Ohne abzuspringen. Also wenn ihr uns... Ach, ich unterbreche die ganze Zeit. Sorry. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann zieht das vielleicht immer mal ab und zu. Ja. Ansonsten... Ich habe meistens immer so erstmal Handstand gemacht und so ein bisschen Freestyle mäßig und dann meistens so noch ein paar Übungen an den Geräten, so ein bisschen gesplittet, weil ich hatte irgendwie kaum Lust auf so ein ganzes Oberkörpertraining, weil keine Ahnung, da ich jetzt kein einzelnes reines Körpertraining gemacht habe in der Zeit, habe ich das halt immer so gemacht, dass ich so eine Hälfte Körpertraining gemacht habe und Hälfte Gerätetraining. Wie oft warst du trainieren? Wie immer so drei-, viermal die Woche, also so... Akrobatik-Training war ja Montag dann noch und ja, das ist das eine Mal. Ja. Und ja meistens bin ich halt dann so nachmittags, abends wieder zu meinem Freund und dann konnte ich da auch relativ gut abschalten eigentlich. Und das ist eigentlich auch der einzige Ort oder der einzige Mensch, wo man sowohl so richtig relativ gut abschalten kann. Geht mir auch so. Ja, das ist mir sehr gut getan. Und ja, aber ich habe auch trotzdem oft an dich gedacht und dachte mir so, ja, was macht sie wohl gerade? Oder ich dachte mir so, boah geil, Anna, wir entspannt jetzt. Und ich... Hat sich der Gedanke gestresst? Wahrscheinlich eh eigentlich. Ja, aber mich hat der Gedanke gestresst, dass ich überlegt habe, was macht sie jetzt gerade? Und dann habe ich ihn hektisch in der Küche gesehen. Und dann kam ja der Ninja Creamy an der Zeit, wo du nicht da warst. Ja, und ich war so, oh mein Gott, Leute, Ninja Creamy. Die haben wir noch gar nicht geupdated im Podcast. Ja, die haben wir schon ausgepackt und ausprobiert und dachte so, boah, wer Alabe jetzt hier. Ja, wir haben den bei Ebay einen Schnapper gemacht. Ja, gut. So günstig ist das auch nicht. Ja, aber ich denke, der kostet 970 ungefähr knapp. Ja. Und wir haben den für 120. 130? Ich glaube 130. Ja, und der ist neu. Ich glaube B war er irgendwie, oder? Ja, irgendwie so. Ja. Wir wollten den damals bei Kleinanzeigen, haben geschaut, aber alles fake. Also Leute, keiner wird den verneutig. Betrug, Leute. Ich kann nicht ganz einfach den Betrug erzählen. Ja, okay, dann hau raus. Ich habe zwei Tage geheult, aber... Das ist auch noch passiert. Ich habe mich bei meiner Mama ausgeheult und anstatt sie sagt, komm und so, sagt sie, naja, das ist Lehrgeld, macht jeder mal durch, passiert dir nie wieder. Und ich war so, Bruder, ich wollte gerade eigentlich, dass mich jemand ein bisschen aufmundert, anstatt mich so richtig abzuhärten. Und zwar, ich habe, ich wollte einen, wie gesagt, ich sehe ja aus, einen Dyson kaufen, weil wir haben auch einen Dyson Staubsauger und der ist mega und so... Für die Wohnung. Für die Wohnung, genau. Dyson V12. Da dachte ich, boah, günstig. 220 Euro. Geil. Ich bin wirklich, das sah alles so echt aus und ich bin nicht doof. Ich erkenne Betrüger und habe das auch schon oft erkannt und so. Und der hat aber halt so gut geschrieben, normal. Die Bilder waren gut aus, die Beschreibung war gut. So nach Mozi haben wir eine Frau. Ist ein Instagram sucht und hat das neues Ding. Und naja, Fakt ist, Überweisung. Ich dachte mir so, ja, Überweisung. Ich hatte letztens auch was bei eBay-Kleinanzeigen gekauft mit Überweisung. Hat geklappt, dachte ich, naja, gut. Ich bin ja auch ein guter Mensch. Und so naiv ich bin, habe ich da 220 Euro hinüberwiesen. So dachte ich, ja, mit vollen Namen, IBAN. So irgendwann, keine Ahnung, kam halt keine Rückmeldung mehr von dem. Nur noch einmal was. Ich meinte, ah, schick's morgen raus. Und seitdem kam nichts mehr. Ich hatte zwar die Nummer und da ist irgendwo viel mit drin. Aber keine Ahnung, ob das der ist, ob das, weil das ein sehr professionelles Bild ist, keine Ahnung, ob sich das lohnt, überhaupt Anzeige zu machen wegen 220 Euro. Weil da denkt sich die Polizei, sag mal, wegen so einem Pappalapapp. Deswegen, ja. 220 Euro in den Sand gesetzt. Also 220 Euro ist jetzt in der heutigen Welt nicht viel Geld. So vom Prinzip. Aber mich ärgert das so, weil das so sinnlos war und... Du hast gerade so richtig. Ja. Mich ärgert das so, weil das so sinnlos war und... Weil es einen Betrüger bekommt. Weißt du, wenn du sagst, ich spendest es oder so. Ja, oder wenn du sagst, ich habe mir einen falschen Kühlschrank gekauft bei Möbelboss und ich kann es nicht mehr zurückgeben und sage, okay, das ist wenig Möbelboss. Das ist kein Betrug. Was auch immer. Und dann so... Möbelboss. Keine Ahnung, was weiß ich. Und das... Gibt's das Möbelboss? Ja, ich glaube ja so. Und? Klar bei uns, direkt bei Portada und so. Ah, das Möbelkraft, oder? Ja. Ne, ich glaube Möbelboss gibt's auch. Ja, mich ärgert das so, weil das so ein richtig Dummer jetzt bekommen hat und... Ja. Ich habe es mittlerweile akzeptiert, das ist ja schon zwei Wochen her, aber... In dem Moment dachte ich mir so... Ja. Und das... In der Lutealphase war nicht der Beste zusammen... Ja. Das dazu. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt man. Ja. Und ich musste erstmal... Ich konnte jetzt erstmal, glaube ich, zwei, drei Wochen... Es ist eigentlich schon fast einen Monat her, glaube ich. Ich glaube, es war so der 20. Heute ist der 17. Naja, fast einen Monat. Ich konnte jetzt manchmal kleine Anzeigen gucken. Ich war so verstimmt, dachte mir so, ich benutze nie wieder kleine Anzeigen. So eine Scheiße und... So weit ist das ja echt ein gutes Prinzip und so. Ja. Naja. Also kleine Anzeigen ist underrated. Ja, mega. Dass wir da schon alles gekauft haben, das ist krass. Ja. Und seitdem... Also jetzt war ich nur noch Paypal mit Käuferschutz oder direkt über die kleine Anzeigen App, weil gar keinen Bock mehr auf Betrug oder irgendwas. Oder ich hol's ab, weil es wär sowieso schlauer gewesen. Es war nur anderthalb Stunden weg. Man hätte ja wirklich... So, weil dann hätte der irgendwann wahrscheinlich nicht mehr geantwortet. Ja. Es stand ja da, man kann's vorbeikommen zu besichtigen. Da dachte ich, boah, voll real, wenn man vorbeikommen kann. Aber... Wie dumm. Ich denke mal, wenn ich schreibe, ich komme vorbei, dann hätte der vielleicht nicht mehr geantwortet. Ja, ja. Also... Egal, es passiert... Akzeptanz. Fallen bei einer kleinen Anzeigen App Gebühren an? Ja. Das war, ich glaube, so fünf oder zehn Euro. Ah. Oder sechs. Bei größeren Summen lohnt sich das schon. Ja. Ja. Naja. Zurück zum Thema. Ja. Ich hatte noch so ein paar kleine Fragen, so zu der Situation. Also... Gab's zum Beispiel besondere Momente, in denen wir uns besonders vermisst haben? Es gab so einen Moment, wo du dachtest, boah, jetzt vermisse ich sie. Also als der Ninja Creamy da war, dachte ich mir so, jetzt zusammen Eis fetzen. Das machen wir gleich. Ja. Dann müssen wir uns beeilen, weil wir müssen dann los zu einem Entfernungstermin. Ich sag mal so, wenn ich vielleicht Momente hatte, wo ich dachte, die könnte ich mir jetzt heilen, weil es dann schöner wäre, wie zum Beispiel mit dem Ninja Creamy oder als die Bros Bestellung ankam und ich dann alleine unboxen musste. Boah, kann ich mir nur das Welty-Eis? Heute Abend, oder? Meinst du diesen Pot? Ja. Ist das eigentlich ein Protein-Eis? Ist das ein Light-Eis? Ist das ein normales? Also ist das... Ich glaube, es ist ein Protein-Eis. Leute, die Tests findet ihr bei Instagram. Wir haben übrigens auch ein Bros als Highlight. Ja. Genau. Ja, aber... Ich fand zum Beispiel am Ende der Reise, so die letzten Tage, da habe ich dich einfach mal angerufen, weil ich dachte, ich weiß nicht. Ja, einmal hattest du gesagt... Ich klinge so kritisch, wenn ich sage, ich vermisse, das will ich nicht zugeben, aber ich habe irgendwie schon so ein bisschen... Ja, und hast du angerufen und war es so anhänglich, oder es ist anhänglich, aber... Ja, ich war so... Du hast gesagt, du hast ein bisschen Heimi, also Heimi klingt jetzt übertrieben, aber so vom Prinzip. Ja. Und dann dachte ich mir auch schon so, ja... So, und als wir uns dann auch wieder gesehen haben... Also als hätten wir uns zwei Jahre nicht gesehen. Ja. Ganz viel geredet. Aber wir kennen das ja gar nicht, sonst wissen wir alles übereinander und haben eigentlich kein Gesprächsthema. Aber diesmal hatten wir total... Zwei Wochen aufzuholen. Ja, mega. So, was ist im Leben passiert und erst mal richtig updaten. Ja, mega. Krass. So. Und allgemein, wie haben wir sonst kommuniziert. Wir hatten ab und zu mal bei WhatsApp geschrieben. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, worum es dann überhaupt ging. Eigentlich wenig. Du hast mal einmal ein Bild geschickt oder so, aber ich habe eher mal was Berufliches, wenn ich das fragen musste, mal gefragt, aber eher weniger. Ja. Und hat sich dein Alltag irgendwie ohne mich verändert? Mein Alltag hat sich eigentlich nicht verändert. Es war gefühlt strukturierter und ich habe mehr geschafft, weil ich mich wegen ablenken lassen habe. Und man hatte mehr eine Struktur halt, ja. Und man hat vielleicht auch nicht so diesen zusätzlichen Stressfaktor, weil durch die Vergleiche, die wir untereinander manchmal haben, stresst man sich manchmal auch, weißt du. Ja, mega. Und da sind die Vergleiche weg. Es tat mir echt gut, also ich glaube, auch wenn wir dann getrennt wohnen, wird das, glaube ich, besser, wird unser Verhältnis besser werden und auch unser Arbeitsverhältnis, also wird das dann, glaube ich, noch strukturierter. Hast du irgendwie neue Routinen entwickelt? Sowas wie, ich habe jetzt mal jeden Morgen meditiert oder so. Ich hatte überlegt, boah, ja, jetzt kann ich ja voll sowas machen, aber irgendwie habe ich mir dann doch nicht die Zeit dafür genommen. Deswegen eigentlich, nee, konnte ich nicht. Gab es positive Aspekte, dass ich weg war? Also jetzt zum Beispiel, muss ich etwas übergleichen? Ja, auf jeden Fall. Dass ich halt mehr Struktur hatte, mehr auf mich gehört habe, was ich jetzt will. Weil oft wird man ja dazu verleitet, willst du auch noch ein Eis? Und dann sagt man, ach komm, da essen wir zusammen Eis. So und so hat man auf sich gehört. Ich sagte, boah, nee, eigentlich habe ich kein Bock auf Eis. Ich will lieber, keine Ahnung, das und das. Oder auch im Gym konnte man halt komplett seins machen, wie man selber Bock hat. Klar, es ist auch gut, wenn man die Matten hat. So überwinde ich mal mehr sein Schweine und jetzt mal die Übungen zu machen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ist allgemein das halt einfach mehr, ich mehr auf mich hören konnte und mich selber wie weiterentwickelt habe. Oder mich selber. Ja, ich war jetzt komplett unabhängig. Und wie war es, oder wie haben wir uns gefühlt, als wir uns das erste Mal wieder gesehen haben? Hast du dich gefreut? Ganz so, was negativ war, ist, man ist so langsam beim Kochen. Ja, mega, das ist mir auch schon mal aufgefallen. So schlimm, bis man mal geschnitten hat und das ist schlimm. Ja. Ja. Es ist wirklich, also Respekt an alle, die alleine kochen. Das ist ja anstrengend. Ja, ist einfach so, weil man da noch nie mal filmt. Also Gott, Halleluja. Ja. Also Respekt an alle Rezept-Queens bei Instagram. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, als ich wieder gesehen habe. Irgendwie, es war so, weiß ich nicht. Also wir haben uns vor Jahren nicht gesehen und haben uns richtig gefreut und mussten uns mal ganz viel reden. Und es war jetzt nicht so, dass wir uns in die Arme gerannt sind, das machen wir irgendwie nicht so. Wir haben uns arm uns nie irgendwie. Ja, nee, das sehen wir nicht. Aber trotzdem, man sieht es ja, keine Ahnung, wir haben so, wir geben uns die Liebe anders. Ich habe Maria was mitgebracht, so, es gibt so besondere Light-Getränke in Dänemark. Und das habe ich ja mitgebracht. Ich habe irgendwie seit gestern ein bisschen Bauchschmerzen. Das merke ich gerade wieder. Das regt mich gerade übel auf. Das wolltest du gerade mitteilen. Ja. Würdest du etwas anders machen, wenn wir das nächste Mal getrennt sind? Nee. Also eigentlich nicht. Also jetzt an deiner Stelle, klar wäre es gut, wenn es vielleicht komplett weg wäre, um halt noch mehr abzuschalten. Aber vom Prinzip eigentlich nicht. Ich habe ein paar Aufgaben von dir übernommen, aber das ist aufgeschoben, aufzuschieben geht, haben wir gemacht. Also eigentlich war es trotzdem gut. Ich meine, jetzt hat man schon ein paar viele Koalitionspostings, aber die habe ich ja nicht ganz gut gemacht. Eigentlich fand ich es gut, wie es war, muss ich sagen. Klar, ich wünsche mir natürlich, dass du noch mehr Storys machst, weil du bist im Urlaub, weißt du. Deswegen kann man das ja nicht verlangen. Und ja, deswegen. Ja, ich wollte auch jetzt nicht gegenüber meinem Freund oder meinem Freund immer so das Handy mit dabei haben. Ich habe viele Fotos gemacht, auch von uns und so, aber halt für mich und nicht für die Öffentlichkeit sozusagen. Also wenn jemand mein Handy findet, dann wisst ihr alles, was passiert ist. Genau. Ne, und denkst du, dass wir nochmal so lange, also würdest du dich nochmal so lange von mir trennen? Eigentlich die Frage ist sinnlos. Ja. Ja. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, mein Gott, das war so schlimm oder so. Ne. Ich fand es gut. Ich fand es total gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, es war so schlimm, unhaushaltbar. Aber deswegen ist alles gut. Ja. Und beim nächsten Mal einfach vielleicht. Es war halt eine neue Erfahrung, aber ich denke mal, die hat uns beide weitergebracht und anstatt, sie hat uns glaube ich nicht weiter auseinandergebracht, sondern eher mehr zusammen. Ja. Weil manchmal ist Distanz auch ganz gut, um wieder so näher zu kommen. Noch homo, aber so vom Prinzip. Ja. Genau. So, ich würde sagen, dass alles gesagt ist. Ja. Ja, gebt mir gerne Feedback, ob ihr sowas auch mal hattet. Vielleicht nicht mit eurer Zillingsschwester, wenn ich nicht. Ja. Und als du weg warst, war ja bei uns auch die Schlüsselübergabe von der Wohnung. Stimmt. Das ist noch passiert. Das war auch so. Und du hast die Wohnung ja auch erst vor zwei Tagen das erste Mal gesehen. Ja. Und da haben wir ein Fliesenhaus gemacht und so und Leute, ich habe mir sowas von geschnitten. Leute, ich will dazu sagen, die Wohnung ist im dritten und vierten Obergeschoss. Das ist eine mal so netten Wohnung, halt doppeletagig und es gibt keinen Aufzug. Dementsprechend mussten wir die Fliesen, die Bottische immer hoch, runter, runter. Ich habe Beinmuskelkater. Es gibt bei Instagram auch ein Highlight-Umzug. Schaut dort gerne mal rein. Da nehmen wir euch mit und es kommen so coole Vlogs und ich freue mich. Es ist zwar nicht meine Wohnung, aber ich freue mich trotzdem. Ja, ich freue mich auch. Ich habe zwar, weißt du, ich so Samstag, als wir schon fast fertig waren, ich so, ich könnte es einfach losholen. Weil, ich weiß es nicht, wenn ich so die Wohnung sehe, die sieht gerade aus, die ganzen Böden sind raus, die sieht aus wie eine Ruine, so gefühlt. Also so, weil kein Boden drin ist und so. Und irgendwie alles ist so ein bisschen verstaubt. Und da denke ich natürlich so, wie soll das noch schön werden? Ich finde, du, da können wir auch mal eine extra Folge zu machen, sonst würde es jetzt zu lange. Aber ich finde, du wirkst ja zu anders mit der Wohnung. Aber da können wir auch nochmal eine andere Folge zu machen. Das würde jetzt zu weit ausgehen. Das entsehbe ich auch mal, was du dazu sagst. Ja. Aber ich merke das gar nicht so. Aber okay, krass. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schaut gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Dort heißen wir Annabel und Maria. Werbung bestellt gerne bei Browsers mit dem Code AM. Da gibt es geile Produkte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder irgendwo auf Social Media. Wir antworten eigentlich immer. Am schnellsten sind wir bei Instagram erreichbar. Genau. Also, ich würde sagen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen, aber ich denke mal, es ist alles gesagt. Ja. Und dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.